Ja Leute, nur weil Kim gerade nicht zu sehen, das heißt auch nicht, dass sie vom Erdboden verschwunden ist. Hallo ihr Lieben, hier ist die Kim, also die von früher von So geht das. Und nein, wir haben uns nicht zerstritten, was die meisten gefragt haben. Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin mittlerweile in Österreich und bin gar nicht mehr so viel in Köln, deswegen drehe ich nicht mehr so viel für So geht das. Aber den Kanal gibt es natürlich noch, deswegen weiterhin abonnieren und schauen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier mal wieder.